Willkommen zurück, meine toxischen Zaya-Gins. Heute reagieren wir auf den Bodybuilder-Alpha-Kevin, die neuen STRGF und Funk-Statements zu Rezos Ansage. Let's go! Seid gegrüßt, Welt, und damit ein herzliches Willkommen hier zum Held der Statements. Junge, der war sehr, sehr schlecht. Es tut mir wirklich an der Stelle leid. Es ist aber tatsächlich soweit. Wer hätte es gedacht, Funk und STRGF haben mein erstes Statement abgegeben. Während das Statement von STRGF momentan absolut nicht zufriedenstellend ist, darauf gehe ich gleich noch ein, hat sich Funk immerhin relativ deutlich geäußert. Alles rund um diese Situation erfahrt ihr hier in diesem Video, deswegen ganz viel Spaß damit. Auf Instagram hat Funk eine extrem große Reichweite mit über 1,5 Millionen Follower, was wirklich insane ist. Und dort haben sie in Bezug auf diese Moor Nutrition Reportage einen fehlerhaften Beitrag veröffentlicht, welchen Rezo ziemlich gut auseinandersetzt. Innerhalb von sechs Jahren hatte Moor vier verschiedene Firmensitze. So konnte bisher keine Lebensmittelüberwachung die Produkte vor Ort kontrollieren. Ja, und das ist wahrscheinlich die fehlerhafte Information. Und ganz ehrlich, damit kann man schon einer Firma einen großen Schaden anrichten, mit dieser Reichweite von 1,5 Millionen Zuschauern. Und das ist meiner Meinung nach echt schwach. Vor allem, wenn das falsch ist, frage ich mich, wie die überhaupt auf diesen Punkt gekommen sind. Es ging hierbei übrigens um diesen fehlerhaften Take. Ich hatte in meinem Kritikvideo einen Instagram-Post von Funk angesprochen, in dem sie behauptet haben, dass Moor Nutrition von keinen Lebensmittelbehörden vor Ort kontrolliert werden kann, weil sie irgendwie ständig ihren Unternehmenssitz wechseln. Und habe bei der Lebensmittelbehörde selbst angefragt. Und die haben mir dann geschrieben, dass das gar nicht stimmen würde. Die Firma Quality First sowie die Marke Moor Nutrition sind der Lebensmittelaufsicht im Kreis Pinneberg bekannt. Es haben in der zugehörigen Betriebsstätte bereits Lebensmittelkontrollen stattgefunden. Also wir halten fest, Funk schrieben einen Beitrag über Moor, welcher im Binnenkürzester Zeit extrem oft geteilt wurde, dass Moor Nutrition ständig seinen Firmensitz wechselt und sie somit von den Lebensmittelbehörden nicht wirklich kontrolliert werden können. Rezo schreibt dann im Anschluss an diese Behörden und bekommt dann zu hören oder zu lesen, dass das eigentlich gar nicht stimmt und die Lebensmittelbehörden sehr wohl Moor Nutrition überprüfen können. Das gleiche wie Funk behauptete ebenfalls auch das Neo Magazin Royal und machte demnach hierbei den gleichen Fehler. Kann es sein, dass die Lebensmittelüberwachung Moor Nutrition deswegen nicht in die Finger kriegt, weil Moor Nutrition ständig den Unternehmenssitz wechselt? By the way, ist ja jetzt bekannt, dass das so nicht stimmt und Rezo das Ganze belegen konnte, dass das eine falsche Aussage war. Und Funk gibt auch zu, genau diesen Fehler begangen zu haben. Doch das Neo Magazin Royal hat genau diese Stelle immer noch drin und ist entweder der Überzeugung, dass es immer noch stimmt oder sie haben vergessen, ein Statement zu posten. Das kann natürlich auch an der Stelle sein. Dieser Typ vom Neo Magazin Royal hat ja auch eine Mail eingeblendet und ich glaube, der hat da auch nachgefragt. Allerdings frage ich mich wo, weil Rezo hat ja jetzt direkt bei der Lebensmittelbehörde nachgefragt und die meinten, dass da Kontrollen stattgefunden haben. Also ganz komisch irgendwie. Aber auch noch betonen, dass das zusätzlich einen relativ langen Part in diesem Neo Magazin Royal Video ausmachte. Aber gut, ich würde mal meinen, wir stürzen uns jetzt einfach mal in die Statements, denn das wird ziemlich spannend. Auf der ersten Seite wird folgendes über die ganze Steuerung F-Thematik erzählt. Und da geben sie folgendes von sich. Unser Statement zu Rezos Vorwürfen gegen Steuerung F. Der YouTuber Rezo hat ein Video veröffentlicht, in dem er unserem Format Steuerung F journalistische Fehler vorwirft. Steuerung F hat darauf geantwortet. In einem neuen Video sagt Rezo jetzt, die Antwort sei unehrlich. Er wirft dem Format noch mehr Fehler vor. Es gäbe Framing, Strohbahnargumente, Widersprüche und Falschaussagen in dem Video. Unsere Haltung. Fehler sind menschlich, aber Fehler müssen richtig... Überleg mal, du wirst so richtig hart kritisiert, weil du sehr viele Fehler in deinem Video hast. Und das Erste, was du sagst, ist, Fehler sind menschlich. Damit versuchst du dich erstmal irgendwie zu retten, weil jeder das verstehen kann. Wisst ihr, was ich meine? So ja, Fehler passieren, Fehler sind menschlich. Aber ganz ehrlich, wenn man ein ganzes Team hinter sich hat, von den GEZ-Gebühren finanziert wird, so einen groben Fehler zu machen, das ist schon hart. Vor allem mit der Reichweite und so ernsthaften Anschuldigungen. ...transparent aufgearbeitet werden. Falls das hier nicht passiert ist, wäre das ein echtes Problem für uns. Wir nutzen daher die Winterpause von Steuerung F und werden alle Vorwürfe mit dem Team im Detail prüfen und das Ergebnis veröffentlichen. So lange erscheint kein weiteres Video. Sollen sich die Vorwürfe bestätigen, werden wir schauen, was wir ändern müssen. Damit alle journalistischen Regeln in jedem Fall eingehalten werden. Erstmal lustig, dass hier das Team meint, als das hier nicht passiert ist. Ich meine, Rezo hat faktisch belegen können, dass Steuerung F extrem unehrlich zu ihm war und sie auch nicht nur einen Fehler gemacht haben, sondern sie haben über Rezo in der ersten Reportage gelogen und sie haben in den Statements ebenfalls gelogen. Also das ist nicht mal ein kleiner Fehler, das sind ganz viele unterschiedliche Fehler, die man beweisen konnte. Ja, jetzt frage ich mich hier auch, warum die von Falls wir Fehler gemacht haben sprechen, die können doch offen und ehrlich sagen, wir haben Fehler gemacht und wir werden das jetzt prüfen und uns dazu äußern. So, seid doch einfach mal ehrlich. Ich verstehe das nicht, warum man sich immer mit Ausreden retten will. Das fällt mir auch bei vielen Influencern auf, wenn sie kritisiert werden. Die versuchen sich irgendwie rauszureden, aber die wenigsten Influencer sagen, hey ja, die Kritik nehme ich an, ich entschuldige mich dafür, ich versuche das und das besser zu machen. Das hört man wirklich von den wenigsten. Es stellt also offensichtlich ein ziemlich großes Problem dar, vor allem in Bezug auf die Glaubwürdigkeit von STRG-F. Und dass immer noch so geschrieben wird, als wäre es unklar, was dort überhaupt passiert ist, dazu fällt mir persönlich jetzt nicht viel ein. Ich meine, wir konnten alle erkennen, was jetzt hier stimmt und was nicht stimmt. Ich bin gespannt, ob man sich wirklich nochmal rechtfertigen würde. Positiv ist aber immerhin, dass sie sich die Zeit nehmen werden, das Ganze intern aufzuarbeiten, um dann ein richtiges Statement zu bringen. Also, das kann man definitiv für gutheißen. Ich wünsche denen viel Erfolg in der Winterpause. Dass das allerdings so ziemlich das erste Statement ist, zu STRG-F, finde ich ein bisschen schwach. Hätte ich mir zumindest schon mal eine bessere Wortwahl gewünscht, um aufzuzeigen, dass hier definitiv Fehler gemacht wurden. Und ich hätte es nicht so formuliert, als würde man das erstmal anzweifeln. Aber wir können definitiv gespannt sein, was sie uns in Zukunft abliefern werden. Sie haben ja jetzt genügend Zeit, würde ich meinen. Und liebe STRG-F-Team, bitte postet ebenfalls auch noch ein gewisses Statement zu dem Parabelritter, weil dort habt ihr ihm ebenfalls Unrecht getan. Und das ja, das wäre super toll. Aber ich meine... Stimmt, aber ich finde, der Parabelritter hat die ganz schön auseinandergenommen. Also wirklich, wenn man mal Beef mit dem Parabelritter hat, muss man echt aufpassen. Der Typ ist ein Fuchs. Das wäre auch bloß ein Bonus meinerseits. Ich weiß nicht, ob die anderen sich das ebenfalls wünschen. Ich würde es mir definitiv wünschen. Zusätzlich wurde aber auch noch Folgendes in die Beschreibung von diesem Statement von Funk geschrieben. Da geht es um den fehlerhaften Umgang in diesem More Nutrition Post. Und dazu beschrieben sie Folgendes. Sorry, eine Sache noch. Wenn ihr euch fragt, warum STRG-F den Post freigegeben hat, obwohl er fehlerhaft war. Der Grund ist ein Missverständnis. Wir hatten den Post als Mail-Anhang an STRG-F geschickt. Die Caption war im Mail-Text. Die Mail wurde mehrmals weitergeleitet. Beim Recherche-Team kam der Anhang nicht an. Sie haben nur die Caption gesehen und diese freigegeben, weil sie dachten, dass das der Text für den Post ist. STRG-F hat uns also geschrieben, dass sie den Post gut finden, meinten aber nur die Caption. Sie sagen uns jetzt, dass sie den Post selbst nie gesehen hätten. Wir werden in solchen Freigabe-Mails daher künftig immer den Post-Text direkt mitschicken, um solche Probleme zu vermeiden. Also es zeigt auch wieder, dass es hierbei interne Kommunikationsprobleme zwischen den Teams an sich gab. Und da wird auch deutlich, dass es hierbei keine reibungslose interne Chemie miteinander gibt. Was jetzt nicht unbedingt für eine gewisse Professionalität steht. Aber gut, immerhin haben die das eigentlich... Ähm, was ich hier merkwürdig finde, was jetzt Alpha Kevin, glaube ich, auch nicht mehr anspricht, wenn man eine Caption freigibt. Also ich bin jetzt der Typ, der die Posts freigibt, ne, von der Instagram-Seite. Wenn ich jetzt sehe, ich kriege eine Mail, da ist eine Caption, ich gebe sie frei, frage ich mich da nicht, hey, was ist denn der Post zu dieser Caption? Das ist doch eine logische Denkweise zu sagen, hey, ich habe jetzt eine Caption freigegeben, was in der Post dazu. Fehlt eventuell einen Anhang? So wie in diesem Fall? Also ja, verstehe nicht, wie die da arbeiten. Aber das klingt für mich so ein bisschen nach einer Ausrede. ...sehen und werden sich laut eigener Aussagen bessern. Und das ist ja auch genau das, was wir wollen. Von daher ist da alles gut, die Sache ist vom Tisch und demnächst machen sie es hoffentlich besser. Kommen wir nun aber zum richtigen Statement von Funk an sich. Wie ihr schon gesehen habt, wurde in More Nutrition diesbezüglich einfach Unrecht getan. Funk rechtfertigte seine Fehler erst mal wie folgt. Rezo spricht außerdem einen Instagram-Post an, den wir zu der Steuerung F-Recherche veröffentlicht hatten. Diesen Vorwurf haben wir bereits aufgearbeitet und zeigen euch hier die ganze Wahrheit. 29.11. Der Post geht online. Wir hatten ihn vorher an Steuerung F geschickt. Sie haben ihn freigegeben. Wie es dazu kam, steht in der Caption. Nach knapp zwei Stunden ruft ein Kollege vom ZDF-Magazin Royal an. Punkt drei Stimme so nicht. Richtig ist, die Behörde Rhein-Neckar-Kreis hat eine laufende Kontrolle wegen des Umzugs eingestellt und die danach zuständige Behörde, Hamburg-Mitte, hat keine Kontrollen veranlasst, weil sie nicht wusste, dass sie jetzt für More zuständig ist. Es ist aber falsch, dass es gar keine Kontrolle gab. 15 Minuten später nehmen wir den Post offline. Ach, jetzt verstehe ich auch die Mail von vorhin bei diesem ZDF-Royal, die er eingeblendet hat. Da hat nämlich Hamburg-Mitte, glaube ich, geantwortet und gesagt, wir wissen nichts davon. Und Fakt ist, die wussten halt nur nicht, dass sie dafür zuständig sind. Jetzt verstehe ich. Jetzt macht das Sinn. Sie sehen, dass es falsch war und es gab hierbei auch wieder Kommunikationsprobleme. Ich frage mich hierbei aber, wie sie einfach so behaupten können, dass More immer wieder ihren Sitz wechselt, um einfach nicht kontrolliert werden zu können. Als ob sie das nur machen, um halt einfach keine Kontrolle zu bekommen. Ich meine, nur weil eine Behörde umgezogen ist und eine andere ahnungslose Behörde sich jetzt um More Nutrition kümmern soll, kann man ja nicht einfach random genau solche Dinge behaupten. Dafür gab es ja keinerlei Indizien, ob das überhaupt stimmt. Also von daher verstehe ich gar nicht, wie man überhaupt darauf kommt. Aber gut, sie haben ja geschrieben und auch eingesehen, dass das ein Fehler ist und das ist ja erstmal toll. Weiter schreiben sie folgendes. 29.11. nachmittags. Steuerung F informiert uns, dass ich die Quality Group, die Firma hinter More Nutrition, bei ihnen gemeldet und gedroht habe, rechtlich gegen den Post vorzugehen, wenn er nicht eh schon offline wäre. Wir schreiben, dass wir den Post gerne korrigiert neu posten würden und die Korrekturen transparent machen wollen. Ist nachvollziehbar auf beiden Seiten. Funk hat den Fehler eingesehen, direkt offline gestellt und hat angeboten, nochmal einen neuen Post rauszuhauen, der aber nicht fehlerhaft ist. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ehrlich gesagt, das macht auch am meisten Sinn und wäre der richtige Weg gewesen, wenn sie das gemacht hätten. Die hätten den Post, wie die sie schon gemacht haben, offline genommen und dann berichtigt nochmal online gestellt und gesagt, hey, da haben wir einen Fehler gemacht, weil dann gibt man wenigstens zu, dass man einen Fehler gemacht hat und das Ganze ist transparent. Aber die haben sich ja jetzt für einen anderen Weg entschieden und den sehen wir jetzt. Nachmittags. Nach mehreren Korrekturschleifen gibt es eine neue Textfassung. Da eine Klage im Raum steht, holen wir unseren Juristen ins Boot. Er sagt, unsere Richtigstellung sei eine Einladung an Moor, uns abzumahnen. Vor allem, wenn wir selbst sagen, dass vorher ein Post mit einem fehlerhaften Vorwurf online war. 1.12. Mittags. Nach langer Diskussion beschließen wir, keine Korrektur zu posten, sondern auf STRG F zu verweisen. Wir nehmen die Sorgen unseres Juristen ernst, einigen uns aber darauf, wenigstens eine Story zu posten. Wir streiten ewig über diese Formulierung. Wir sagen, dass die Verkürzung der Vorwürfe auf vier Stichpunkte nicht ganz geklappt habe. Für uns war das ein Kompromiss. Aus heutiger Sicht war das ein Fehler, weil wir nicht transparent waren. Wir hätten schreiben müssen, was genau falsch war und wie es richtig ist. 1.12. abends. Diese Story geht online. 2.12. Resource. Erstes Kritikvideo geht online. Gut, ich kann hierbei beide Seiten verstehen, zumindest aus juristischer Sicht, so wie das ihr Anwalt wahrscheinlich gesagt hat. Moment mal, ich bin jetzt kein Anwalt, aber die haben ja schon diese Vorwürfe, die falsch waren, also sie sind einen Vorwurf gepostet. Und es ist deshalb ein Schaden bei Moore entstanden und deshalb könnte ja Moore klagen. Also jetzt nicht die berichtigte Version zu posten, weil sie Angst vor einer Klage haben, macht ja irgendwo keinen Sinn. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die 1,5 Millionen Zuschauer haben, also Follower, als ob das jetzt niemand gescreenshottet hat. Das Thema war so viral, da haben die doch locker einen Screenshot von dem fehlerhaften Post. Also das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil man macht sich nicht angreifbar, wenn man die berichtigte Version postet. Sondern man hat sich ja schon angreifbar gemacht, wisst ihr, was ich meine? Also dazu muss man jetzt kein Anwalt sein, um das zu checken. Wenn man auch ständig mehr oder weniger damit wirbt, dann sollte man das auch immer durchziehen und auch direkt dazu stehen und das klarstellen. Positiv ist jetzt natürlich, dass sie den Fehler eingesehen haben und auch gemerkt haben, dass das falsch war und das auch beim nächsten Mal anders machen würden. Das ist gut und es zeigt auf, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben und das aufarbeiten. Dennoch uncool, dass sie später einfach nur auf einen STRG-F-Beitrag hingewiesen haben. Denn zu der Zeit war ja immer noch die Falschaussage über Rezo Online. Und außerdem ist auch die Reportage, wenn man Rezo's Video gesehen hat, nicht zu 100% richtig. Also da waren auch andere Fehler mit drin und es wurde ein bisschen falscher dargestellt, als es war. Aber gut, wir können nur hoffen, dass hierbei Schlüsse draus gezogen werden und tatsächlich runden sie ihr Statement mit folgenden Worten ab. Was wird daraus lernen? So einen Fall gab es bisher noch nie. Wer diese Insta-Seite kennt, weiß, dass wir sonst immer zu unseren Fehlern stehen. So einen Kompromiss machen wir nicht nochmal. Wir waren aus Sorge vor juristischen Folgen nicht so transparent, wie ihr das zu Recht von uns erwarten könnt. Das war falsch und kann nicht der Maßstab eines öffentlich-rechtlichen Angebots sein. So korrigieren wir Fehler auf diesem Account. Kleine Fehler, Tippfehler und so weiter korrigieren wir in der Caption oder einem angepinnten Kommentar. Inhalte, bei denen Perspektiven fehlen, ergänzen wir mit weiteren Posts oder Instagram-Stories, die diese Perspektiven abbilden. Inhalte, die relevante, faktische Fehler enthalten, vor allem falsche Vorwürfe, nehmen wir offline und korrigieren sie innerhalb von 48 Stunden mit eigenen Posts. Ja, das wäre auch hier die angebrachte Version gewesen, einfach die berichtigte Version zu posten und zu sagen, was falsch war. Stattdessen wollten die das Ganze so ein bisschen verschleiern und dann kriegt man so weirde Vibes. Dann denkt man so, oh okay, stehen die nicht zu ihren Fehlern? Vor allem so ein öffentlich-rechtlicher Kanal, der von unseren GEZ-Gebühren finanziert wird. Da erwarte ich volle Transparenz, denn irgendwo zahlen wir ja auch dafür. Hier seht ihr, wie man mit Kritik und Fehlern umgeht. Es werden Fehler eingesehen, kritisch hinterfragt, das ordentlich aufarbeitet und man zeigt auch direkt im ersten Statement transparent sämtliche Hintergründe auf. Was hat aber unser liebe STRG-F-Team gemacht als erstes Statement? Richtig, die setzen sich zusammen hin, lügen weiter über Rezo und sind dann noch so frech und antworten mit folgenden pumpigen Aussagen. Und Presseanfragen wie unsere, naja, sind eigentlich auch ganz gut vom klassischen Spam zu unterscheiden. Denn der Betreff war ja nicht Viagra ohne Rezept, XXL-Gewinnspiel oder Bitcoin-Millionärs-Club. Aber warum sonst sollen wir da angerufen haben? Eine Pizza haben wir uns bestimmt nicht von Köln nach Hamburg bestellt. In diesem vertraulichen Hintergrundgespräch geht Rezo dann noch auf unsere drei Fragen. Boah, 61.000 Dislikes. Bruder, das muss man erstmal schaffen. Ich glaube, bei meinen Videos ist der Durchschnitt so 10 bis 15 Dislikes. Gut, ich mache auch viel weniger Aufrufe, aber trotzdem. Also wenn ich mal so 10.000 Likes habe, habe ich vielleicht mal 30 Dislikes. Also wie kann man denn bitte so eine schlechte Bewertung haben und dann noch sagen, oh, wir müssen mal gucken, ob wir Fehler gemacht haben? Nein, offenbar sind sie also doch nicht zu komplex. Und wenn wir schon beim Thema Fehler und schlechten Statements sind, bitte arbeitet gern auch nochmal den Fall rund um den dunklen Parabelritter auf. Denn das mit der Metal-Doku plus den Statements lief auch nicht ganz so cool ab. Aber da kam leider nicht mehr wirklich viel. Im letzten Video habe ich ja ebenfalls einiges zu den beiden Fällen verglichen. Also zwischen Rezo und den dunklen Parabelritter. Und vieles haben sich ziemlich krass gedoppelt. Und da ist halt auch lustig, es wurde sich gleichermaßen ziemlich uncool über den Parabelritter geäußert. Und Quantität ist vielleicht nicht immer gleich Qualität. Aber was weiß ich schon. Aber verlassen wir den Parabelritter. Dann tun wir das. Nee, 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 stopp, 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 stopp. So geht das nicht. Ihr könnt jetzt nicht einfach den Parabelritter als damenfeindlich darstellen. So geht das nicht. Bitte macht das etwas. Ich bin der einzige frauenfeindlich hier. Hey, was soll das? Parabelritter. Ey, aber starke Bewertung. 33.000 Likes. Ich weiß nicht, woher die 2.800 Dislikes kommen. Aber wahrscheinlich sind das diese STRGF-Mitarbeiter. Wahrscheinlich ist das Team so groß und trotzdem passieren solche Fehler. Weniger manipulativ, ja? Weniger manipulativ. So, jetzt nochmal mach bitte. Weniger manipulativ. Und Quantität ist vielleicht nicht immer gleich Qualität. Und damit wieder zurück zu Alexander, dem dunklen Parabelritter. Den hatten wir ja schon kurz vermisst. Wenn ihr mehr von diesen Schmerzen sehen wollt, dann checkt unbedingt mein letztes Video ab. Dort habe ich den Fall Rezo und Parabelritter miteinander verglichen. Und meine Güte, da wurden wirklich in beiden Fällen extrem unprofessionell gehandelt. Wie sich STRGF jetzt retten möchte, das wird sich auf jeden Fall in der Zukunft zeigen. Wir können da definitiv gespannt sein. Eins kann ich aber schon mal sagen. Wenn sie jetzt bei dem nächsten Statement nicht so 100% ehrlich und transparent sind und sich für die ganzen Lügengeschichten nicht entschuldigen, dann würde ich meinen, haben sie ihr eigenes Grab geschaufelt. Wenn es nicht für viele da draußen eh schon zu spät ist. Damals fand ich STRGF ziemlich gut. Super originelle Reportagen, auch gut aufgearbeitete Videos. Durch viele verschiedene problematische Ereignisse, muss ich aber sagen, liegt mein Vertrauen bei Null. Und ich kann es nachvollziehen, dass mittlerweile mehr als 10.000 Menschen diesen Kanal in binnenkürzester Zeit deabonniert haben. Und ich gehe... zu ihrem Statement jetzt auch nochmal ein Video, weil das ist echt lächerlich. ...davon aus, dass es deutlich mehr werden könnte, wenn STRGF kein ordentliches Statement hinlegt. Also eine Bitte an STRGF. Bitte verkackt es nicht. Sollt ihr das tun, dann... Ja, meine Güte, habt ihr echt ein massives Problem. Steht einfach eurem Mann oder eure Frau, was weiß ich. Macht euch gerade und seid euch bitte nicht zu schade, einfach Fehler einzusehen. Leute, das ist einfach menschlich. Das würde dann nicht nur einiges wiedergutmachen, sondern ihr bekäbt auch wieder ein paar Sympathiepunkte von den Zuschauern da draußen. Denn mit eurem stellenweise-narzisstischen Verhalten habt ihr euch ehrlich gesagt keine Freunde da draußen gemacht. Das nur als kleiner Tipp aus meiner Richtung. Ist auch nicht böse gemeint. Ihr könnt damit umgehen, wie ihr möchtet. Ich meine, wir sind alle Menschen. Wir alle machen Fehler. Und es ist gar kein Problem, wenn dann aufgezeigt wird, jo, du hast einen Fehler gemacht, man sieht das dann aber auch ein. Deshalb verstehe ich nicht, warum das so schwer ist, in der Öffentlichkeit einfach mal zu sagen, jo, es war falsch und dann ist alles wieder gut. Ich bin definitiv gespannt, wie STRGF antworten wird. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr nach den ganzen Aktionen von STRGF, denen immer noch Glauben oder Vertrauen schenken könnt. Würde mich an der Stelle interessieren. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst super gerne ein Like da. Das würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Außerdem würde es mich zutiefst freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet, wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt. Also das wäre natürlich sehr, sehr toll. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt es so schön? Ich denke schon an das Winkchen. Euer Alpha Kevin und ciao. Ja, starkes Video von Alpha Kevin verdient definitiv einen Like. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich dem lieben Alpha Kevin eine Testo-Ampulle zusenden soll. Like das Video und vergesst nicht, meinen Reaction-Kanal zu abonnieren, Freunde. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und freut euch auf weitere toxische Reactions.